Wenn Sie eine besonders intensive Körperpflege wünschen, dann empfiehlt sich hier die Body Cream von Glorious Skin. Die Body Cream ist ausgestattet mit Distelöl, Avocadoöl, kaltgepresst Bio und Lanolin. Lanolin ist dem Hautalk sehr artverwandt, so dass wenn Sie über einen Mangel an Hornfetten haben, ist Lanolin das Mittel Ihrer Wahl in Verbindung mit diesen wunderbaren Ölen. Gleichzeitig sind hier Aminosäuren, die schützen vor mechanischen, chemischen und UV-Stress und die Ceramide, die wir inkludiert haben, schützen ihren Lipidmantel, denn 60 Prozent des Lipidmantels besteht aus Ceramiden. Ein Mangel daran und wir bauen das auch das im Alter ab, ist einfach unproduktiv für eine schöne und glatte und durchfeuchtete Haut. Mikrosilber, was wir inkludiert haben, schafft ein gutes bakterielles Klima auf Ihrer Haut. Weiterhin ist zu sagen, diese Creme haben wir wirklich auf Kundenwunsch entwickelt. Manches Mal bitten uns Kunden um ein besonderes Produkt und wenn wir das realisieren können, so tun wir das gerne. Und die Body Cream war ein ganz besonderer Wunsch, der immer wieder an uns herangeführt wurde. Eine Körpercrema mit Lanolin und besonderen Wirkstoffen. Sie ist toll auch nach Sonneneinstrahlung, wenn ihre Haut intensiv von Luft, Wetter, Wind, Sonne beeinflusst wurde, dann ist sie unglaublich regenerierend und hält die Feuchtigkeit in ihrer Haut. Ich würde sie gern, also ich persönlich nehme sie gerne in Verbindung, also abwechselnd mit unserer Body Milk von Gloryskin, denn dann habe ich einfach eine große Bandbreite an Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen, die in den unterschiedlichen kaltgepressten Bioölen vorkommen und den unterschiedlichen Wirkstoffen, die wir in beide Cremes eingesetzt haben.